Hallo, Zuschauer, und willkommen zu unserem umfassenden Blick auf die jüngsten Änderungen in der betrieblichen Altersversorgung, bekannt als betriebliche Altersversorgung. Heute werden wir uns eingehend mit den von der Regierung des Kanzlers Olaf Scholz angekündigten bedeutenden Aktualisierungen befassen, die sich auf die Erhöhung der Altersvorsorge auf 3.984 Euro pro Monat für deutsche Bürger konzentrieren. Beginnen wir damit, zu verstehen, was betriebliche Altersversorgung ist und warum sie für deutsche Arbeitnehmer von entscheidender Bedeutung ist. Betriebliche Altersversorgung ist eine der tragenden Säulen des deutschen Rentensystems. Es ist eine Form der Rente, die durch den Arbeitgeber organisiert wird und die staatliche Rente und private Altersvorsorge ergänzt. Dieses System gibt es schon seit Jahrzehnten und hilft Millionen von Deutschen, sich einen komfortableren Ruhestand zu sichern. Bevor Sie sich mit diesem Thema befassen, sollten Sie unseren Kanal für die neuesten Rentenreformen in Deutschland abonnieren. Nun wollen wir uns die jüngsten Änderungen ansehen, die von der deutschen Regierung angekündigt wurden. Die wichtigste Neuerung ist die Erhöhung der maximalen steuerfreien Beitragsgrenze auf 3.984 Euro pro Monat. Dies ist ein erheblicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr und stellt eine wesentliche Veränderung im deutschen Ansatz zur Altersvorsorge dar. Um die Auswirkungen dieser Veränderung voll zu erfassen, müssen wir den Kontext des deutschen Rentensystems und die damit verbundenen Herausforderungen verstehen. Wie viele andere entwickelte Länder kämpft auch Deutschland mit einer alternden Bevölkerung und steigender Lebenserwartung. Diese demografischen Veränderungen belasten das Rentensystem, da es weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt, die eine wachsende Zahl von Rentnern unterstützen. Die deutsche Regierung hat sich seit Jahren den Herausforderungen ihres Rentensystems gestellt und verschiedene Reformen eingeleitet, um dessen Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die jüngste Änderung der betrieblichen Altersversorgung, ÖPP, ist Teil einer breiteren Strategie zur Förderung des privaten und betrieblichen Rentensparens. Dadurch wird die Belastung des staatlichen Rentensystems gemildert. Eine bemerkenswerte Reform ist die Erhöhung der monatlichen Beitragsgrenze auf 3.984 Euro. Diese neue Obergrenze bietet den Arbeitnehmern eine erhebliche Chance, ihre Altersvorsorge zu erhöhen. So kann beispielsweise ein hochverdienender Berufstätiger mit einem Jahresankommen von 120.000 Euro nun bis zu 47 Euro einbehalten, nachdem zuvor niedrigere Beitragsgrenzen festgelegt wurden, 808 jährlich in ihrer betrieblichen Altersversorgung, je nach Arbeitgeberschema und persönlicher finanzieller Situation. Ein wesentlicher Vorteil der betrieblichen Altersversorgung ist ihr steuerlich aufgeschobener Charakter. Die Beiträge werden aus dem Vorsteuereinkommen geleistet, was das zu versteuernde Einkommen des Arbeitnehmers für das Jahr senkt und insbesondere bei Personen in höheren Steuerklassen zu erheblichen Steuereinsparungen führen kann. Mit der neuen Grenze können die Mitarbeiter noch größere steuerliche Vorteile genießen. Beispielsweise könnte die Erhöhung eines monatlichen Beitrags von 500 Euro auf 1.000 Euro die jährliche Steuerschuld eines Mitarbeiters erheblich reduzieren, abhängig vom Steuersatz. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Steuern auf diese Beiträge aufgeschoben werden, was bedeutet, dass sie bei der Auszahlung während des Ruhestands bezahlt werden, möglicherweise zu einem niedrigeren Satz, wenn das Einkommen des Rentners niedriger ist. Auch bei der betrieblichen Altersversorgung spielen die Arbeitgeberbeiträge eine entscheidende Rolle. Die erhöhte Beitragsgrenze könnte auch Arbeitgeber dazu ermutigen, ihre Beiträge zu erhöhen, je nach Unternehmenspolitik und finanziellen Möglichkeiten. Wenn ein Arbeitgeber beispielsweise zuvor Beiträge bis zu 200 Euro pro Monat gepaart hat, könnte er diesen Beitrag jetzt erhöhen, um das höhere Limit zu nutzen. Dies führt zu einer höheren Gesamtrückzahlung für die Arbeitnehmer. Zudem bietet die höhere Grenze mehr Flexibilität bei der Altersvorsorge. Arbeitnehmer können ihre Altersvorsorge in den Spitzenverdienstjahren vorladen, was möglicherweise eine frühere Pensionierung oder einen komfortableren Lebensstil in späteren Jahren erleichtert. Ein Arbeitnehmer in den 50er Jahren, der seine Kinder nicht mehr unterstützt, könnte beispielsweise seine Rentenbeiträge deutlich erhöhen, um die Altersvorsorge aufzuholen, wenn finanziell eingeschränkt waren. Betriebliche Altersversorgungssysteme haben oft Zugang zu einem breiteren Spektrum an Anlageoptionen und profitieren von Skaleneffekten. Dies kann zu besseren Renditen führen als bei individuellen Pensionskassenkunden. Die Möglichkeit, mehr zu zahlen, könnte langfristig zu einem besseren Wachstum der Altersvorsorge führen. Schließlich will die deutsche Regierung auch das potenzielle Rentendefizit beheben, bei dem staatliche Renten möglicherweise nicht ausreichen, um den Lebensstandard der Rentner zu erhalten. Mit der Förderung höherer Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung will die Regierung diese Lücke schließen und dafür sorgen, dass mehr Deutsche über ausreichende Altersvorsorge verfügen. Die jüngste Änderung der betrieblichen Altersversorgung, mit der die monatliche Beitragsgrenze auf 3.984 Euro erhöht wird, führt zu mehreren wichtigen Faktoren und potenziellen Implikationen. Obwohl das genaue Datum der Umsetzung und die Übergangsregelungen noch nicht festgelegt sind, sollten sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber informiert bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Einkommensstärke Arbeitnehmer dürften von dieser Veränderung am meisten profitieren, was die Einkommensungleichheit verschärfen könnte, wenn Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen ihre Beiträge nicht deutlich erhöhen können. Unternehmen müssen ihre Rentensysteme, Lohnabrechnungssysteme und Mitarbeiterkommunikation aktualisieren, um die neue Grenze zu berücksichtigen. Größere Unternehmen werden sich schneller anpassen als kleinere. Diese Reform zielt darauf ab, die künftige Abhängigkeit von staatlichen Renten zu verringern, was sich langfristig auf die Struktur und die Leistungen des staatlichen Rentensystems auswirken könnte. Die Änderung unterstreicht die Notwendigkeit einer verbesserten finanziellen Bildung, um den Arbeitnehmern zu helfen, die Auswirkungen auf ihre Finanzen und ihr Rentenankommen zu verstehen. Darüber hinaus müssen Pensionskassenmanager möglicherweise ausgefeiltere Anlagestrategien anwenden, um größere Fonds effektiv zu verwalten. Die erhöhte Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung könnte dazu führen, dass Arbeitnehmer ihre Beiträge zu anderen Sparmodellen reduzieren. Die Gewährleistung der Übertragbarkeit von Pensionsfonds wird entscheidend sein, da die Arbeitsmobilität zunimmt. Möglicherweise ist eine verstärkte regulatorische Aufsicht erforderlich, um die größeren Fonds sicher zu verwalten. Wirtschaftlich gesehen könnten höhere Rentenbeiträge zwar die laufenden Konsumausgaben verringern, aber auch einen größeren Kapitalpool für langfristige Investitionen in die deutsche Wirtschaft bieten. Insgesamt stellt diese Veränderung eine deutliche Verschiebung im deutschen Umgang mit der Altersvorsorge dar, es bietet erhebliche Möglichkeiten, die Altersvorsorge zu verbessern und gleichzeitig verschiedene Überlegungen einzubringen. Während die jüngste Erhöhung der Betriebsaltersversorgung auf 3.984 Euro pro Monat eine bedeutende Chance zur Steigerung der Altersvorsorge darstellt, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies eine maximale Grenze und keine obligatorische Anforderung ist. Inwieweit die Menschen von dieser Veränderung profitieren können, hängt weitgehend von ihrer persönlichen finanziellen Situation, der Altersvorsorge ihres Arbeitgebers und ihrer allgemeinen Rentenstrategie ab. Die Fähigkeit jeder Person, ihre Beiträge zu erhöhen, wird variieren. Daher ist eine sorgfältige Überlegung unerlässlich, um sicherzustellen, dass diese Änderungen mit den individuellen finanziellen Zielen und Umständen in Einklang stehen. Für diejenigen, die eine Erhöhung der Rentenbeiträge in Betracht ziehen, können mehrere Schritte helfen, fundierte und strategische Entscheidungen zu treffen. In erster Linie ist es wichtig, ihre aktuelle finanzielle Situation und ihre Rentenziele zu überprüfen. Dazu müssen sie ihre vorhandenen Ersparnisse, Einnahmen und Ausgaben bewerten, um zu verstehen, wie viel zusätzliche Beiträge sie sich realistisch leisten können. Überlegen Sie, ob eine Erhöhung ihrer Rentenbeiträge mit ihren langfristigen finanziellen Zielen übereinstimmt, wie etwa dem Eintritt in den Ruhestand in einem bestimmten Alter, der Beibehaltung eines gewünschten Lebensstils im Ruhestand oder andere persönliche finanzielle Ziele zu erreichen. Als nächstes ist es wichtig, die Änderungen mit ihrem Arbeitgeber zu besprechen und ein klares Verständnis dafür zu erlangen, wie die neue Grenze in der Rentenversicherung ihres Unternehmens umgesetzt wird. Arbeitgeber können spezifische Verfahren für die Anpassung von Beiträgen haben und das Verständnis dieser Prozesse wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass alle Änderungen, die sie vornehmen möchten, korrekt ausgeführt werden. Es ist auch hilfreich, herauszufinden, ob Ihr Arbeitgeber seine Beiträge anpassen wird oder ob zusätzliche Vorteile mit dem erhöhten Limit verbunden sind. Wenn Sie sich von einem Finanzberater beraten lassen, können Sie wertvolle Einblicke in die Integration dieser Änderungen in Ihrem gesamten Finanzplan erhalten. Ein Finanzberater kann Ihnen helfen, die Auswirkungen erhöhter Rentenbeiträge auf Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre langfristigen Altersziele zu bewerten. Sie können auch helfen, eine ausgewogene Strategie zu erstellen, die Ihr gesamtes finanzielles Bild berücksichtigt, einschließlich anderer Einsparungen und Investitionsmöglichkeiten, damit die Erhöhung der Rentenbeiträge nicht unbeabsichtigt andere finanzielle Ziele beeinträchtigt. Wenn Du Dich entscheidest, Deine Beiträge zu erhöhen, solltest Du dies schrittweise tun, um die Auswirkungen auf Dein monatliches Budget zu steuern. Mit schrittweisen Erhöhungen können Sie sich an die Änderungen in Ihren finanziellen Verpflichtungen anpassen, ohne dass Ihre laufenden Ausgaben übermäßig belastet werden. Dieser Ansatz bietet auch die Möglichkeit, zu überwachen, wie sich die erhöhten Beiträge auf Ihre allgemeine finanzielle Gesundheit auswirken und alle notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Die regelmäßige Überprüfung Ihrer Rentenauszüge und Ihrer gesamten Altersversorgungsstrategie ist ein weiterer wichtiger Schritt. Die Verfolgung der Leistung Ihres Rentenkontos, der Beitragshöhen und deren Übereinstimmung mit Ihren Altersversorgungszielen wird dazu beitragen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Diese laufende Überprüfung ermöglicht es Ihnen, die erforderlichen Anpassungen an Ihren Beiträgen oder Ihrer Anlagestrategie vorzunehmen, die auf Ihre sich ändernde finanzielle Situation und die Marktbedingungen abgestimmt sind. Letztlich bietet diese Änderung der Beitragsgrenze zwar neue Möglichkeiten für die Altersvorsorge, aber Entscheidungen auf Basis Ihrer individuellen Umstände und die Erreichung der finanziellen Ziele ist entscheidend. Bleiben Sie über weitere Details oder Anpassungen dieser Richtlinie informiert, sobald diese von der deutschen Regierung veröffentlicht werden, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus diesen Änderungen machen. Mit einem durchdachten und strategischen Ansatz können Sie die Vorteile der erhöhten Beitragsgrenze optimieren und auf einen sicheren und komfortablen Ruhestand hinarbeiten. Vielen Dank, dass Sie sich für diesen ausführlichen Blick auf die Veränderungen der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland entschieden haben. Wir hoffen, dass diese Informationen Ihnen helfen, durch diese wichtigen Aktualisierungen des Rentensystems zu navigieren und fundierte Entscheidungen über Ihre Altersvorsorge zu treffen. Vielen Dank für das ausführliche Video. Wenn es Ihnen gefällt, lassen Sie sich von uns in unserem Kanal über die neuesten Rentenreformen in Deutschland informieren.